Jetzt geht's ans Eingemachte, hat unser Sportvorstand Fredi Bobic gesagt und damit meint er die K.O. Runde in der Europa League. Die Eintracht schiebt nach, Achtung, Daichi Kamada frei vom Tor, der ist da drin, da ist da drin, Daichi Kamada, der Euroleague Kamada. Einwurf ausgefüllt von Kostic, Achtung, es könnte Gefahr geben, Daichi Kamada, aus spitzem Winkel. Wenn er ein bisschen ruhiger gewesen wäre, das lieben noch drei Eintracht-Spieler im 16er mit. Wir lösen auch gut die Pressing-Situationen, wie jetzt, jetzt schöner Ball von Zou, Achtung, Kamada läuft alleine aufs Tor zu, Kamada, noch ein Haken, Kamada alleine vom Tor, Kamada, wow, 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 Kamada, was ist denn mit dem los? Also wie gesagt, die erste Halbzeit von uns, richtig, richtig gut. So können wir weitermachen, Dika bringt die Flanke rein, in Dika, Kamada, Tor, der Kamada macht ihn wieder, Tor, Tor, Tor. Ja! Silva, Silva jetzt im Duell mit Böber, könnte links Kostic finden, nehmt ihn mit, ja, nehmt ihn mit, Kostic, Schusschanze, Kostic, mach ihn! Ja, er macht ihn! Er macht ihn rein! 4 zu 0, Eintracht Frankfurt! In Dika, jetzt muss er in den Rückraum spielen, er zieht ab, über den Abschuss, oh, den muss Pazienz ja eigentlich machen. Nein, erstmal zwischen, jetzt gibt's Elfmeter, jetzt gibt's Elfmeter. Schan, langsamer Anlauf und er schießt in die Mitte und er ist drin, 4-1. Absolut verdient, wir haben ein tolles Spiel auf den Platz gebracht und jetzt können sie alle Fasching feiern. Und jetzt können sie alle Fasching feiern, wenn 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 sie alle